Du möchtest die Navigation im Track Leader starten, bekommst aber den Hinweis, dass die Geräteanordnung nicht gesetzt ist, dann zeige ich dir jetzt, wie du das Problem beheben kannst. Wenn wir im Track Leader den Hinweis auf die fehlende Geräteanordnung bekommen, bestätigen wir diesen und gehen zuerst in den ISOBUS TC auf Geräte. Oben rechts finden wir das Symbol, um die Geräteanordnung zu verwalten. In unserem Beispiel ist schön zu sehen, dass die beiden Geräte nicht miteinander verbunden sind, da die Konnektoren nicht geschlossen sind. Um die Geräteanordnung nun zu setzen, klicken wir auf die Konnektoren und wählen für unsere beiden Geräte die entsprechenden Konnektorpunkte aus. Starten mit dem Traktor. Im zweiten Schritt machen wir dasselbe mit unserer Maschine und verlassen dieses Menü. Damit die Einstellungen endgültig gespeichert werden, gehen wir mit dem Pfeil oben rechts zurück, bestätigen die Meldung und die Geräteanordnung ist nun gespeichert und gesetzt. Jetzt können wir wieder in unseren Track Leader gehen und die Navigation starten. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video bei deinem Problem weiterhelfen. Falls du noch Fragen hast, kannst du uns gerne unter den unten stehenden Kontaktdaten kontaktieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, empfehle uns gerne weiter, lass uns ein Like da und wir sehen uns im nächsten Online-Tutorial. Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. A hunger und Folge.